Alter, ist das scheiße kalt hier draußen. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier direkt vor meiner Hütte. Ich habe nämlich für die kommenden Tage etwas ganz besonderes geplant, denn wie ihr wisst, ist morgen der 1. Dezember. Und ich möchte gerne einen Weihnachtsgeländer starten. Damals, als ich klein war, habe ich den Dezember geliebt. Es gab einen Weihnachtskalender mit kleinen Schokoladenstückchen, die ich meistens sofort gegessen habe. Und richtig geile Cartoons, die ich immer geliebt habe und jetzt ab und zu noch gerne gucke. Jedoch, wenn man älter wird, gerät das Ganze in Vergessenheit. Man kann sich Schokolade kaufen, wann immer man will. Und Cartoons, ja, guckt man nicht mehr so oft. Animes oft, Cartoons nicht mehr. Stattdessen Dokus. Ich bin alt, lass mich. Jedenfalls, ich starte ab morgen einen Weihnachtskalender. Das Ganze wird so ablaufen, dass es 24 Spiele zu gewinnen gibt. 20 davon sind Random Game Keys, von denen ich selber nicht weiß, was für Spiele es sind. Drei Spiele habe ich mir selber ausgesucht. Und ein Spiel könnt ihr euch wünschen. Wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch gleich erklären. Erstmal fangen wir an mit dem Weihnachtskalender. Den Weihnachtskalender werden wir täglich um 7 Uhr öffnen. Dort wird sich drei Viertel des Keys befinden von dem Spiel. Und das letzte Viertel, das findet ihr in einem Video. Es ist versteckt in dem Video, ihr müsst es finden. Und so einfach ist es. Das Ganze ist natürlich für euch, meine Zuschauer, die meine Videos immer gucken. Und ich dachte mir, hey, wenn ihr die Videos guckt und der Game Keep befindet sich da drinnen, dann schnappt euch doch einfach das Spiel. Dann haben wir drei Spiele, die ich selbst ausgesucht habe. Diese sind eine Klasse besser als die anderen. Und ich werde sie jeden Sonntag an den Advents-Tagen raushauen. Und zu Weihnachten gibt es natürlich was ganz Besonderes. Denn ihr könnt euch ein Spiel wünschen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einen Brief an Center Zero schreiben. Das ist meine Wenigkeit. Und ich werde persönlich alle Briefe durchlesen. Und den Besten werde ich auslosen und euch das Spiel schenken, was ihr euch gewünscht habt. Das Ganze könnt ihr als PN senden. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt es auch mir per E-Mail schreiben an zerooneup.at.au.de Falls ihr allerdings nicht möchtet, dass ich euren Brief vorlese, dann schreibt es doch bitte rein. Und natürlich brauche ich noch eine Kontaktmöglichkeit, sodass ihr auch das Spiel bekommt. Ich muss mich nämlich bei euch melden, um euch zu sagen, dass ihr gewonnen habt. Und dann werden wir besprechen, wie ihr das Spiel bekommen möchtet. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh. Direkt um sieben geht's immer los. Mit dem Adventskalender. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Ich gehe jetzt rein. Scheiße, Mann. Es ist kalt. Ich gehe jetzt rein.